Ja, liebe HC-Fans, heute dürfen wir euch zur zweiten Folge des HC-TVs begrüßen. Inzwischen ist der vierte Tag des Trainingslagers absolviert und wir haben jetzt schon ein paar Trainingseinheiten in den Knochen. Wie ihr seht, fehlt jemand hier, weil neben unserem 90ern im Radio Hundstock, fehlt natürlich der Co-Kommentator Olli Hess. Was dem widerfahren ist, erfahrt ihr jetzt vorab. Hallo Leute, Brisanz im HC-Lager. Ich stehe hier in der Quarantänezone vor dem Zimmer von unserem Rückraumbomber Olli Hess. Ihn hat die harte und intensive Woche erwischt. Die Schwächung des Immunsystems hat ein Virus hervorgezogen. Nun wünschen wir Ihnen von unserer Seite alles Gute und gute Besserung, unterstützen ihn mit allen unseren Kräften und hoffen, dass er bald wieder auf den Beinen steht. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was unserem lieben Olli widerfahren ist. Wir gehen jetzt mal die letzten zwei Tage gemeinsam mit euch durch. Ja, gestern Morgen wurden wir mit einer wunderschönen Spinning-Einheit von unseren lieben Trainern geweckt. Danach gab es dann vormittags die nächste taktische Einheit in der Halle und abends hatten wir dann ja ein gemeinsames Training mit der DHK Flensburg und hatten da so ein gemeinsames Spielchen quasi mehr oder weniger. Ja, wie das Spiel verlief, da kann der Mario vielleicht mehr dazu sagen. Du sollst die Fragen stellen, du bist Kommentator hat er gesagt. Ja, wie das Spiel verlief. Ja, DHK war sehr motiviert ins Spiel gestartet. Wir hatten am Anfang da auch ein, zwei Probleme, wenn man das so sagen darf, nach den Trainingseinheiten da wirklich ins Spiel zu kommen. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall mindestens 20, 30, wenn nicht sogar 40 Minuten richtig gefordert. Zum Schluss wurde es dann noch ein bisschen deutlicher, weil man dann doch gemerkt hat, dass dem einen oder anderen vielleicht die Kraft ausging auf der Gegenseite, sie aber auch sehr, sehr wenig Wechselmöglichkeiten hatten. Genau, am Ende wurde es aber deutlich, das hast du ja schon erwähnt. Ja, das Spiel war dann beendet, das war dann glaube ich auch der Feierabend für uns. Wir haben uns dann hier noch auf ein Bierchen getroffen, glaube ich, und sind alle ins Bett gegangen. Heute Morgen ging es eigentlich sehr positiv weiter, weil einfach die Witterung hier zu schlecht war, um den morgendlichen Lauf um 7 Uhr zu starten. Das heißt, wir durften bis 20 vor 8 ausschlafen, wenn man das so sagen kann, aber das muss man wohl so sagen in dem Trainingslager. Genau, dann gab es um 10 Uhr unsere erste Halleneinheit. Ja, das war auch wieder taktisch geprägt. Wir haben Abwehrvarianten, haben wir 1, 2, 1 studiert und ich denke, es war ein ganz ordentliches Training für die Uhrzeit. Ja, zum Abendtraining war eigentlich eine Stunde relativ in Ordnung. Dann kam das, was viele befürchtet hatten, was aber eigentlich keiner wollte. Und ja, wie gesagt, ich habe es schon ein Malius, kannst du vielleicht noch mehr schildern, was da am Ende ablief? Ja, der Trainer hatte ja angekündigt in seiner typisch ruhigen skandinavischen Art, dass da noch ein kleines Läufchen zum Schluss stattfindet in der Halle. Ja, wir haben dann kleine Intervallläufe gemacht mit Steigerungen der Distanz, also in Pyramidenart erst steigern, dann wieder weniger. Man muss aber sagen, dass sich der Trainer und vielleicht sieht er das ja erst nach dem Trainingslager, sich glaube ich für sein Alter sehr gut gehalten hat. Er hat da komplett mitgezogen und muss man auch mal Respekt vorhaben, glaube ich. So, wie ihr gesehen habt, haben wir den Lauf dann doch einigermaßen unbeschallt überstanden und können deswegen jetzt voller Freude eure Facebook-Fragen an Mario stellen. Ich mache es wie das letzte Mal, ich picke mir einfach ein paar raus und den Rest wird der Mario dann später noch bei Facebook beantworten. Er hat ja heute noch Zeit, denke ich. Nehmen wir die erste Frage. Der Klassiker. Warum bist du Torwart geworden und wenn du nicht Torwart geworden wärst, welche Position würdest du dann spielen im Handball? Ja, beantworten wir die Frage auch gleich ganz ehrlich. Ich habe mit sechs Jahren schon angefangen Handball zu spielen, habe das erste Jahr damals Mitte gespielt, weil ich für mein Alter schon relativ groß war und habe dann aber festgestellt, durch Gespräche zu Hause, dass meine Mutter damals im Tor gespielt hat und bin dann ehrlicherweise zu meinem Trainer hingegangen und habe gesagt, bitte, bitte, ich möchte die in die Fußstapfe meiner Mama treten, ich möchte auch Torwart sein. Und ja, das scheint ihm ganz gut gefallen zu haben und seitdem bin ich dabei geblieben. Ich muss mir den Martin Stanowski nochmal gratulieren, weil sonst wäre er nicht hier, wenn es dann ins Tor gegangen wäre, wenn er auf der Mitte blieben wäre. Hat er Glück gehabt. So, nächste Frage. Zimmerverteilung im Trainingslager. Mit wem bist du auf einem Zimmer und wie ist die Zimmerverteilung insgesamt? Das Konzept dahinter. Es wurde ja angekündigt, dass Roulette gespielt wird. Leider hat sich unser Bus ein bisschen verspätet, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, wir sind so zwei Stunden nach dem Rest gekommen. Deswegen war es relativ einfach, dass unser Bus auch zusammengeblieben ist, größtenteils. Und ich bin mit dem Jan Stochel auf dem Zimmer und wir kennen uns auch ganz gut. Und da gab es jetzt wenig Eingewöhnungsprobleme und ist auch ganz witzig, aber auch glaube ich jetzt nicht unbedingt das aktivste und lauteste Zimmer von allen. Das ist gut möglich mit Jan, ja. Machen wir die nächste Frage von Joachim Artenstedt. Findest du es schwer, Katzes Erbe anzutreten, was die Beliebtheit bei den Fans angeht? Katze war unser alter Torwart Nico Quazigales, um es dir zu erklären. Ja, die Frage habe ich jetzt auch schon öfters gehört, also auch als wir diesen Ausstand gemacht haben nach dem Grillen, dieses Fangrillen. Die Frage habe ich auch gehört bei der Pressekonferenz, als ich hergekommen bin. Es ist ja so, dass Katze da mit diesem Hype auch Riesenspiele gemacht hat hier. Das muss man einfach so sagen. Was ich damals auch schon gesagt habe, dass er natürlich auch einfach ein Typ ist, vom Torhüter her, sehr speziell und auch sehr emotional, worauf er auch immer viele anspielen und dadurch auch das Publikum sehr mitnimmt. Ich versuche mir da einfach so wenig Gedanken wie möglich drüber zu machen. Ich versuche die Bälle zu halten. Ich bin Mario, ich bin nicht Katze. Vielleicht fällt uns da auch noch ein Spitznamen ein, wir sehen. Vielleicht nicht unbedingt das Hühnchen, das kam auch schon. Aber sonst versuche ich mir da wenig Gedanken drüber zu machen, einfach gute Spiele abzuliefern und dass wir unser Saisonziel erreichen. Und dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Stimmt. Ich wollte witzigerweise gerade die Frage vorlesen, hast du einen Spitznamen, aber den hast du ja gerade selber gegeben. Deswegen kommen wir zur letzten Frage. Hier die allererste direkt. Hast du lange überlegt, zum HCE zu wechseln? Und wie kommst du mit den Jungs aus der Mannschaft bis jetzt klar? Ja, auch ein Thema, was ja schon einst einmal angesprochen wurde. Ich habe ehrlicherweise nach der langen Zeit beim BHC lange überlegt, ob ich weggehen soll. Und das war für mich erstmal diese erste Entscheidung. Da habe ich mich wirklich auch schwergetan, wenn man das so sagen darf. Mit der Entscheidung, zum HCE zu gehen, habe ich mich nicht schwergetan. Kann ich auch sagen. Was natürlich bitter war, was keine Frage ist, war die Tatsache, dass damals auch schon so gut wie feststand, dass man abgestiegen ist, wenn man den Spielplan gesehen hat. Da habe ich ein, zwei Wochen drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Aber sonst, ich kannte euch ja ein bisschen vom Trainingslager oder auch von den Spielen damals in der zweiten Liga schon. Da unterhält man sich ja danach auch mal, trifft sich vielleicht auch mal neben der Kabine oder hinter der Halle. Und da hatte man schon das Gefühl, dass es eine Mannschaft ist, wo man gut reinpassen kann. Und die sportlichen Ambitionen sind ja in letzter Zeit auch sehr rasant gewachsen, wenn man das so sagen darf. Deswegen fiel mir das nicht schwer. Und ich hoffe, dass ich einen guten Teil dazu beitragen kann. Und wie gesagt, hoffentlich geht es schnell nach oben. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung das weitergeht. Ich denke, das war das perfekte Schlusswort. Die anderen Fragen beantwortet Mario später noch. Morgen gibt es dann die Interviews mit unserem nächsten Neuzugang, Kevin Herbst. Interviewt dann von der jüngeren Garde, weil Olli hat sich diese Austeiter schon genommen und ich darf es mir morgen auch mal nehmen. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Bis bald. Auf Wiedersehen.